. Hallo, ich bin Jojo Löffler. Hallo, ich bin Prinz Owusu. Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 07 Sekunden. Jojo, ich fange mal mit der ersten Frage an. Die lautet, nenne drei Teams, die seit dem Jahr 2000 den DFB-Pokal gewonnen haben. Wolfsburg Bayern Schalke. Richtig. Ich bin dran. Prinz, nenne drei Teams, die seit dem Jahr 2000 die Fußball-Bundesliga gewonnen haben. Bayern, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart. War stark. Stuttgart war es auch stark. Die zweite Frage an dich. Ich nenne außer dem SCP 07 zwei Mannschaften, für die ich gespielt habe. Für die du gespielt hast? Für die ich gespielt habe. Bielefeld und 68. Ja, richtig. Ja, richtig. Weil es jetzt nicht schwer haben wir gegeneinander gespielt. Ja, ja. Und deine zwei Teams aus der ersten Bundesliga, welche die Farbe blau in ihrem Wappen haben? Hoffenheim und Schalke. Dritte Frage. Nenne zwei Spiele aus unserem Kader, die eine niedrigere Rückennummer als ich haben. Also, kleiner als sieben. Also, kleiner als sieben. Drei Stück. Taka. Zwei. Zwei Stück. Taka und Hühne. Fünf und zwei. Richtig. Taka ist Strohdieck. Dritte Frage an dich, Prinz. Nenne zwei Spiele aus unserem Kader, die mindestens 1,90 Meter groß sind. Uuuh. Uuh. Uuh. Sieben. Ja, aber die mindestens ... Ja, da kann ich mich auch mitzählen. Ja, klar. Kannst du auch. Ja, da hat er nochmal das Zählen. Nein. Ich habe gedacht, ohne mich. Boah, das ist voll die Scheiße, Mann. Ja, ja. Weiter geht's. Ja, okay. Vierte Frage. Nenne drei Städte in Nordrhein-Westfalen mit über 400.000. Einwohner. Ich würde sagen Düsseldorf, über 400.000 Einwohner. Düsseldorf. Sieben Sekunden vorbei. Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg. Duisburg hat über 400.000? Krass. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht von mir. Krass. Ja, das hätte ich nicht bekommen. Alles klar. Vierte Frage. Nenne drei Nachbarländer von Deutschland. Schweiz, Österreich, Holland. Niederlande. Fünfte Frage. Nenne drei FIFA-Fußball-Weltfußballer in unserer Zeit. In unserer Zeit. Cristiano, Messi, Modric. Ja, richtig. Die Hellball ist nicht schwer. Fünfte Frage. Und damit auch die letzte Frage. Nenne drei deutsche Fußball-Weltmeister von 2014. Müller, Lahm, Neuer. Das war echt knapp. Prinz und ich trennen uns unentschieden. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Schreibt unten in die Kommentare, wen ihr als nächstes sehen wollt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Und noch Zeit. Untertitelung. BR 2018